Wer erinnert sich noch an die Serie Doktors Diary und das Traumpaar Doktor Margarete Gretchenhase und Doktor Marc Meier? Im echten Leben waren die Schauspielerin Diana Amft und ihr Kollege Florian David Fitz nie ein Paar. Doch trotzdem lässt ein intimes Bild der beiden nun die Fanherzen höher schlagen. Auf ihrem brandneuen Instagram-Account teilt Diana anlässlich Florians Geburtstag am 20. November einen Schnappschuss, auf dem sich die beiden einen innigen Kuss geben. Dabei sind sie mit 80er-Jahre Fokuhila-Perücken verkleidet. Handelt es sich hierbei also um ein Filmfoto? Mit dem Post heizt Diana auf jeden Fall die Gerüchteküche an. Denn bereits seit Wochen spekulieren Fans, ob es schon bald ein Doktors Diary Comeback geben könnte. In den Kommentaren zu Dianas Post wird nun gerätselt. Stammt die Aufnahme von den Dreharbeiten zu einem gemeinsamen Film der beiden oder doch von einer neuen Doktors Diary Staffel? Die Schauspielerin selbst verrät bisher noch nichts.